Okay, geh mal runter zur Chapel erstmal. Du und deine Nüsse. Das ist nur der Holzproblem. Die Seite geht rüber, bleibt ruhig. Die Seite geht rüber. Das bist du, Bitsch. Ja. 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 Geh mal erstmal in den Norden und dann rüber nach Westen. Ich habe keinen Bock jetzt hier durch den Sumpf zu rennen. Da schraben links. So, bleib du hier im Busch. Also zu mir. Warte, ich höre. Der Holzgolem war irgendwie ein bisschen aggro. Wo ist denn der? Da hinten. Ach, das ist kein Holzgolem. Alles klar. Bleib du da. Ich gehe schnell ins Haus rein. Für den Hinweis. Die Spinne ist sogar hier, oder? Ja. Sollen wir sie jetzt schon machen? Ja. Gut. Sollen wir dann Nahkampfwaffen benutzen? Wenn wir irgendwo welche finden? Ich habe nur ein Messer. Okay. Okay. Oh, hier ist noch ein Dicker. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Ding drin ist. Ich kann natürlich auch erstmal mein Messer werden. Die ist unter uns. Kommt hoch. Na. Ey, ich glaube mehr Kampf ist doch nichts. Warum? Ich treffe gar nicht. Weil du zu langsam zuhaust mit der Waffe glaube ich. Ja, schein. Oh, Schmiede. Vielleicht keine Stütze mehr. Kommt hoch. Kommt hoch. Kommt hoch. Oh, Musik an. Ok, Schroffwind ist leer, hier ist Muni, hier ist ein Hammer. Und Lampen. Da kommen auf jeden Fall Spieler, ich habe gerade Farben gehört. Am besten nicht irgendwo ans Fenster gehen oder so. Das ist ein Hammer. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist richtig behindert Ich meine, wir könnten komplett im Süden oder komplett im Westen laufen Oder halt nach Osten Angegriffen werden wir so oder so Ob wir jetzt direkt angegriffen werden, wenn wir rausrennen oder auf dem Weg Oder erst dann am Spawn, also am Extraction Point Irgendwas höre ich recht? Das kann auch das Banischen sein, weiß ich nicht Dieses komische Geflüster Ja Wer war das? Ich nicht Ich auch nicht Ich müsste hier kurz sein Ja, ich höre Schritte Da ist jemand drin Oben? Ja Sei mal ruhig Hab ihn Es könnte noch einer da sein Der müsste unten Bei uns Was ist? Was ist? Nein! Oben? Ja, ja, oben. Die Treppe. Ja, der ist oben. Er ist bei seinem Kollegen. Er hat jetzt einen Bound. Ja, ruhig. Ich hab ihn. Ich glaube noch einen bei mir gesehen. Ach ne, das warst du. Jetzt aber schnell. Hier draußen. Der hat die Bounty draußen fallen lassen. Hol dir die Bounty. Schnell und dann Richtung Osten. Ja. Sorry, dass ich dich zweimal hab sterben lassen, aber ich war auf der Suche nach dem. Konnte ich ja nicht wissen, dass der jetzt auch wieder oben ist. Ja. Ja. Hast du jetzt noch einen Balken, oder wie viel? Wenn ich mich heilen würde, hab ich zwei Balken, ja. Aber dann bin ich ja zu langsam. Oh, da ist jemand. Ne, das bin ich. Er schießt die Zombies weg. Du bist zu langsam. Hast du keinen Medikit? Doch, aber wenn ich ihn benutze, bin ich zu langsam. Ja, dann stell dich hier in den Busch und mach das schnell. Also du kannst ja währenddessen gehen zumindest. Warte, ich stell mich noch schnell hier hin. Du musst dich nicht hinstellen, du kannst gehen. Wir müssen Richtung Süden. Gut. Weil hier ist die unsichtbare Wand. Okay. Na, dann komm ich dich durch. Hier rechts. Vorsicht, da ist ein Spieler. Hast du das geworfen? Ja, ja. Da ist ein Spieler irgendwo. Oh ja. Beim Baum. Lass weglaufen. Gut. Norden. Hier hinter die Mauer. Oder was heißt hinter die Mauer? Oh. So. Jetzt mal gucken, ob die kommen. Ruhig. Wir könnten komplett im Norden rumrennen. Machen wir das? Jetzt. Ja. Ja. Einfach nur nach Norden jetzt. Und dann rüber nach Westen. Ja. Denk dran, immer noch zickzack. Ja. Natürlich können die das jetzt auch voraus sehen, ne? Hm. Hm. Die können jetzt einfach rüber rennen. Wir können aber auch der Hälfte sagen, wir rennen einfach nur zurück. Falls ich sterben sollte, nochmal ein Seil verweitern. Okay. Ich glaube, danach bin ich sowieso schon tot. Ich bin dreimal gestorben. Ja, wie viele Balken hast du jetzt noch? Nur noch den einen großen. Und zwei graue. Verlegt bist du schnell. Ja, weil ich zwischenzeitlich normal laufe. Okay. So, dass der wieder ausschnaufen kann. Und dann sprinte ich wieder los. Die Schere, keine Raben wegfliegen oder so. Scheiß Hunde. Können wir hier lang? Ja, hier ist ein Loch. Geht's bei dir? Momentan ja. Sollen wir wieder zurück rennen? Ich weiß nicht. Nachher ist, äh, ist der eine noch hinter uns. Ja, aber es kann auch sein, ne? Hm. Noch mehr Hunde? Na wo weiß ich nicht. Ich geh jetzt einfach mal hier übern Zaun aufs Feld. Okay. Oh. Okay. natürlich könnten jetzt noch viel mehr spieler an dem spot an dem anderen extraction point sein ich habe gar keine munition mehr jungen weder schrotflinte noch pistole das heißt kann jetzt noch nicht mal mehr zurückschießen jetzt kann ich nur noch zombies töten und hoffen dass mich keiner gilt jetzt hier eine kutsche ja lass mal hier richtung süden wir warten wir warten das oder ja bitte noch mehr ok osten sind raben weggeflogen irgendwo ok die kommen auf jeden fall hin hoffentlich kommt die kutsche gleich jetzt kann ich mich nicht wehren wenn die kommen da ist die kutsche start munition auf da war auch ab hier Geht Wo? Ja da, liegen sie, vorne, vor dir Jo Ok, weiter geht Die könnten hier jetzt überall sein, ne? Ja Vor uns sind Raben weggeflogen im Süden Wir könnten Ja Jetzt nach links Darüber Geht Links rum Lass den, lass den, der kommt nicht So langsam Du musst Zwischenzeitlich auch mal normal gehen Ja, meine Ausdauer Ist voll angeblich Ja, nicht hier unten der Balken Ist die Ausdauer Zum Laufen die Ausdauer Das kann man nicht sehen Oh scheiße, hau den Ja Einfach im Sturm Osten 90 ungefähr Südosten 135 Weil da vorne kommt Sumpf Jo Südosten 135 Ja Man kann über die Brücke Auf der Brücke ist nichts Schlüssel Ja, tut mir leid Kevin Egal Egal, lauf weiter Scheiße, vor mir höre ich auch das Pferd wiren Ne, das ist hinter mir Ja Hier Ja Ich bin Ja 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 Das war's für heute. Komm schon. Ich hab's geschafft.